Musik Moin Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir. Diesmal ein Video der ganz anderen Art und zwar 5 Dinge die euch als Mopedfahrer bestimmt schon mal passiert sind. Und ja, hoffentlich gefällt es euch. Dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Wenn ihr losfahren wollt, euer Moped aber nicht. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Zweitens, der Moment in dem du realisierst, dass dein Bro einfach mehr drauf hat als du. Musik Drittens, wenn du an geile Orte kommst. Das ist beim Enduro fahren. Wirklich extrem geil. Geil. Wow. Alter, geil. Punkt 4. Wenn einfach überall Dornen sind, auch wieder beim Enduro fahren. Oh, meine Beine, ah, 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 ah, ah. Und der letzte Punkt, Punkt 5 ist, wenn die Straße einfach immer steiler wird. Einfach scheiße mit dem Moped. Was sind denn das für Straßen, Alter? Alter. What the? Was sind denn das für Straßen? Das war's auch schon wieder vom Video. Ähm, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Oder ob vielleicht noch mehr solche Videos kommen sollten. Im Winter ist es so einfach praktischer für mich. Ich würde natürlich auch wieder Moto, also wieder mehr Moto-Vlogs machen. Aber so ist es leichter für mich. Ähm, schreibt einfach mal, wie ihr es gefunden habt. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es liken würdet. Es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr es dann sogar noch teilen würdet. Ähm, ja, und dann wäre ich wirklich wunschlos glücklich. Seit diesem Video habe ich jetzt auch endlich mal eine Facebook-Seite eingerichtet. Da kann ich euch auch auf jeden Fall halt auf dem Laufenden halten, wann neue Videos kommen. Immer wöchentlich, Sonntag. Aber ich kann euch auch sagen, was für eine Art Videos das Video halt wird. Ähm, ja, damit ich euch jetzt auch auf Facebook nerve. Dann kann ich jetzt auch schon wieder sagen, ciao, bis nächste Woche. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Video. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.